Steteil Asa entstanden aus dem Zusammenschluss von Steteil und vor allem den Erdöl- und Erdgasaktivitäten von Norsk Hydro, ist ein börsennotierter Öl- und Gaskonzern mit Sitz in Stafanger, dessen Mehrheit mit 67% vom norwegischen Staat gehalten wird. Steteil beschäftigt rund 21.300 Angestellte, davon etwa 19.000 in Norwegen und ist damit Norwegens größtes Unternehmen. Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz in Höhe von 465,30 Milliarden N.O.K. Geschäftsfelder Abstream Aktivitäten Steteil ist mit 60% der Gesamterzeugung der größte Operator auf dem norwegischen Kontinentalsockel. Die bearbeiteten Felder sind Glitne, Gullfax, Heitran, Hultra, Christin, Quitebjorn, Mikkel, Nonne, Ormenlange, Sleipna, Snorre, Snorvid, Detfjord, Sügnag, Tordes, Schleppangel, Wesslöfrig, Wichtis, Wisund, Wolf und Asgard. Die Firma hat auch Verarbeitungsanlagen bei Kulznis, bei Karstow, bei Mongstadt, bei Tjeldbergon und bei Melkoja. Zusätzlich zum norwegischen Kontinentalsockel betreibt Steteil Öl- und Erdgasfelder in Algerien, Angola, Aserbaidschan, Brasilien, Kanada, China, Iran, Libyen, Nigeria, Russland, den Vereinigten Staaten sowie in Venezuela. Steteil hat Büros, die nach Geschäftsmöglichkeiten in den Ländern Ägypten, Mexiko, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten Ausschau halten. Die Firma hat Verarbeitungsanlagen in Belgien, in Dänemark, in Frankreich und in Deutschland. 2006 erhielt Steteil die Genehmigung, das weltgrößte Projekt zur CO2-Abscheidung und Speicherung umzusetzen. Dabei werden Kohlenstoffdioxid-Emissionen unter der Erde deponiert, um die globale Erwärmung abzuschwächen. Mit Stream-Aktivitäten Steteil ist an einigen Rohrleitungstransporten beteiligt, einschließlich Seepipe, Steadpipe, Europipee und Europipee 2 und Frenpap vom norwegischen Kontinentalsockel zu Westeuropa zusätzlich zur Bakute-Fliss-Johan-Pipeline in Mittelasien. Mit einbezogen. Die Rohrleitungen von Norwegen werden durch Gasled organisiert. Die Firma hat Büros zum Handel für Rohöl, raffinierten Erdölprodukten und Erdgasflüssigkeiten in London, in Stamford und in Singapur. Downstream-Aktivitäten Das Geschäftsfeld Downstream wurde 2010 als eigenständige Firma Steteil Fuel & Amp Retail ausgegliedert. Geschichte Am 14. Juni 1972 wurde auf Beschluss der Storting, des norwegischen Parlaments, den Norskes, der Zooljeselskap, kurz Steteil, gegründet. Ziel war es, an der Ausbeutung der in den 1960er Jahren entdeckten Erdölvorkommen in der Nordsee teilzuhaben und die Basis für eine nationale Ölindustrie zu bilden. Der Gründungsparagraf sieht vor, dass Steteil sich mit Gewinnung, Transport, Verteilung und Vertrieb von Erdöl und davon abgeleiteten Produkten beschäftigen solle. Außerdem wurde eine umfangreiche Reportpflicht gegenüber dem Industrieministerium festgelegt. Schon bald begannen die Vorbereitungen zur Ölgewinnung und bereits 1974 wurde das Stetfjordfeld auf dem norwegischen Kontinentalschelf entdeckt. 1979 konnte die Förderung aufgenommen werden, zunächst wurde das Rohöl noch per Schiff von der Bohrinsel aus an Land befördert. 1981 übernahm Stetol als erstes norwegisches Unternehmen die alleinige Betriebsverantwortung für ein neues Feld, Gullfax im Süden des Kontinentalschelfs. Ein weiterer Schritt der Diversifizierung folgte 1985, als die Norweger das skandinavische Tankstellennetz des Konkurrenten Esso übernahmen. Heute ist die Tankstellen spartes Steteil Detail-Eiohandel Marktführer in mehreren nordeuropäischen Ländern. Seit 1988 fördert der Konzern auch Erdgas. Im selben Jahr wurde mit Morstadt das zweitgrößte Erdölverlade-Terminal Europas eröffnet. Gleichzeitig begann auch die Expansion der Gewinnungsaktivitäten ins Ausland. Zuletzt wurden 2005 Dependancen in China und Angola eröffnet. Die Deutschlandzentrale von Steteil befindet sich in Emden an der NOC, wo auch eine Anlande- und Reinigungsstation für Nordseegas betrieben wird. Im Jahr 2001 erfolgte die Teilprivatisierung. 18% der Anteile wurden an der Börse in Oslo verkauft. Inzwischen ist Steteil auch an der New York Stock Exchange gelistet. 2007 wurde der Bereich Oil & Amp Energy der zweitgrößten norwegischen Ölgesellschaft Norsk Hydro mit Steteil zusammengelegt. Norsk Hydro brachte hierbei ihre Öl- und Gassparte Hydroagri ein. Die neue Gesellschaft Steteil soll sich erfolgreicher im internationalen Markt gegen die anderen global operierenden Ölkonzerne behaupten können. Dieser Schritt war schon seit Jahren in der Diskussion, wurde jedoch im Oktober, nach dem Scheitern der Gespräche sowohl von Steteil als auch Norsk Hydro mit der russischen Regierung über eine Beteiligung an dem gigantischen Gasfeld Stockmann, wieder akut. Vorstandsvorsitzender der neuen Gesellschaft wurde der jetzige Steteil-Chef Hegel und Aufsichtsratsvorsitzender der jetzige Norsk Hydro-Chef Erwin Dreiten. Selbstständig in Norsk Hydro blieben dessen Wasserkraft- und Aluminiumaktivitäten verschmolzen wurde das Erdöl- und Erdgasgeschäft sowie die Aktivitäten im Bereich erneuerbarer Energien wie Windkraft, Biodiesel- und Wasserstofftechnologie, Krisen und Skandale. Die Geschichte von Steteil verlief bei weitem nicht immer erfolgreich. Vor allem in den ersten Jahren schrieb das Unternehmen infolge teurer Akquisitionen und mangelnder Erfahrung im Ölgeschäft Milliardenverluste. Am 23. August 1991 sank im Förderfeld Sleipner A ein neues Bohrgestell wegen eines Konstruktionsfehlers aufgrund. Die Förderung konnte erst 1993 aufgenommen werden und die ökologischen Folgen dieses Unfalls sind bis heute nicht genau abzusehen. Über die Jahre hinweg war Steteil immer wieder in Strafverfahren verwickelt, da Arbeitsunfälle auf Bohrplattformen des öfteren Menschen neben Kosteten oder Öl in die Nordsee lief. Mehrfach wurde der Konzern dabei zu Millionen Bußen verurteilt. 2002 wurde der bis dahin größte Korruptionsskandal der norwegischen Wirtschaftsgeschichte um Steteil aufgedeckt, bei dem es um verdeckte Zahlungen im Iran ging. Seit Februar 2005 steht das Unternehmen unter besonderer Beobachtung der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC. In Irland plant Shell gegen den Willen der örtlichen Bevölkerung die Errichtung einer an Land gebauten Raffinerie für Erdgas aus dem Atlantik. Die Bewohner der abgelegenen Gegend befürchten die Zerstörung ihrer Umwelt und ihrer Lebensgrundlagen. Eine Gruppe führt unter dem Namen Shell Tosi den Widerstand gegen das Projekt. Im Mai 2007 wurde dem Anwohner und Aktivisten Willi Kordow für seinen Einsatz der Goldman Environmental Preis verliehen. Eine Anlage auf der Insel Melkoja bei Hammerfest in der Erdgas verflüssigt und per Schiff zum Festland transportiert wird, wurde nach dem Start im August 2007 wegen technischer Probleme im November wieder abgeschaltet. In der Zwischenzeit wurde ein Teil des Gases abgefackelt, wobei erhebliche Mengen an Kohlendioxid, Stickoxide und krebserregendem Ruß in die Umwelt gelangten. Ende Januar 2008 soll die Anlage teilweise in Betrieb gehen, wobei dann überschüssiges Gas wieder abgefackelt werden soll. Am 16. Januar 2013 entführten malische militante Islamisten in Algerien neun Ausländer auf einem Ölfeld des Unternehmens. Die Angreifer hatten die Gasanlage Tigen Turine, welche gemeinsam mit BP sowie dem algerischen Energieunternehmen Sonatrach betrieben wird, überfallen.